So, neuer Tag, neues Glück. Heute hat's bestchen Geburtstag und dann bekündigte Soßen, aber den haben wir schon. Hier wird Neues bekommen. So, dann zack. Ist alles gut, hier war jetzt alles Gold und ein bisschen Ausnahmen. So, dann müssen wir jetzt mal hier schauen. Diese drei Sachen müssen wir noch ausliefern. So, Ente. Ach, das hab ich immer noch nicht gemacht, ne? Stimmt. Ups. Mir ja schon leid. Ist so. Neben. Das Gewichs ist, wenn ich das einfach nicht mache. So, wir gehen aber trotzdem erstmal jetzt nach oben. Die Berge. Ja, Sebastian, brauchen wir ja gar nicht mehr. Stimmt ja, der hat ja zur Geburtstag und wir sind ja fertig mit ihm. Stimmt. Ne, ne, gar nicht mehr. So, hallo. Leo, du hast acht mit uns. Nachtherzen aus. Pia und Kent muss ich jetzt noch abarbeiten, theoretisch. Mal eben schnell machen, denke ich mal, oder? Das drückt schon am Morgen. Das erledigt. So. Runter. Das erkennt ihr noch zu Hause. Müll für mich auch. Ah, das ist ja gerade. Ja, ja, Kent. Hier, guck mal. Von mir. Acht von zehn. Okay. Warte, hier gibt's nix. Die Brücke, weg. Das Mühl. So. Ach, wir müssen auch noch Haarlehnen und so ein Fisch bringen. Da ist Pierre Haie, Pierre. Ihr magst doch Tintenfisch, oder? Gut, so. Wie sieht's denn jetzt hier aus? So, also Pierre braucht noch was. Jess braucht noch was. Vincent braucht noch was. Kent braucht auf jeden Fall noch was. Leo braucht auf jeden Fall noch was. Der Zauberer. Und jetzt haben wir auch noch was. Und zweig braucht noch was. Und noch ganz viel. Ich habe vor, dass ich bei Alex nur acht Dinge machen muss. Ähm. Wir reisen zurück. Na ja. Dann noch n'n Sandfisch holen. Wo ist dieser Quadratsschädel? Stein oder Sandfisch? Sandfisch. Was war denn mal ein Sandfisch dann? Das ist hier kein Sandfisch. So. Auf der... Sandfisch war glaube ich... Ne, ne. Ich bin nicht mehr auf der Höhe. Wie... Na man geht. Und auch da... Ach der Sandfisch. Sandfisch. Junge, Junge, Junge. Ich nicht auf der Höhe. Du, 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 du. Ich will doch eigentlich jetzt erst mal nur... ...durch die Mine kommen. Wenn ich dann eine... ...aufgabe erledigt habe. Dann kann ich den offenen Spatinis da annehmen. Soll ich denn die ganzen Rezepte jetzt mal eben schnell durchkriegen. So. Noch alle anderen Pendeln. Ach, ich bin im falschen Haus. Hehehe. Ups. Ich bin im falschen Haus. Ich bin im falschen Haus. So. Und wir den ganzen Tag immer noch zu Hause, ne. Oh, wir haben endlich den Erfolg. Ja. Endlich. Wuhu. Endlich haben wir den Erfolg. Da. Ne. Da. Endlich. Ha. Jetzt machen wir noch alle Rezepte, alle Gegenstände herstellen und alle Fische fangen. Und natürlich vier Dings musst du dann auch halt eben das machen. Ach, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Wir haben doch die 40 jetzt endlich voll. Da brauche ich mich nur auf die Tafel. Wir konzentrieren auf die Große. Dass ich da die Aufgaben fertig kriege. Und jedenfalls halt noch. Den Markt darf ich nicht vergessen. Der Markt ist ganz, ganz wichtig. Ab in die Mine. Die vielleicht schon bei 65 an. Okay. Die Spinne angehüpft, ey. Ich hasse die Spinne. Ich fange mal hier an. So, Skelette. Wo seid ihr denn? Was auf der ist nebenher kein Skelett? Doch, da. Direkt mehrere. Okay. Oh, der Monster hat. So. 20. 26 kannst du mir das auch bestätigen. Jawohl, du kannst mir das auch bestätigen. Das ist 26. Finger erst habe. Sprengen, um reinzukommen. Oh, scheiße. Na geil. Dafür, wie hart ihr seid, für zu wenig Loot, finde ich. Zwei Knochen jeweils nur. Und wenn überhaupt. Ich nehme es in den Maul. Erst müsste mindestens 50 Viecher killen, ne? Mal am Rande. Um das hinzukriegen. Ich bräuchte. Sprengen. Okay. Also, ich habe schon eins auf der 18 Schade gemacht. Und noch ein scheiß Fledermaus oder was? So. Wir suchen jetzt ein paar. So. Schnauze, der Fledermaus. Bock auf dich. Ein Drittel ist geschafft. So, wieder was. Ne. Und die Fische habe ich jetzt auch mal was droppen. Was denn? Was war das denn, bitteschön, gerade für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Was war das für ein Geräusch? Ei, ei, ei. Hä? Willi jetzt? Ach, da oben! Oh. Warte, bin ich auch. Das war radioaktives Herz. Das nimm gerne mit. Ich muss nur den Start gehen, ne? Sonst höre ich aber gerade nix. Warum ist der jetzt hier schon? Hä? Bin ich denn hier schon durch? Na, ich will die Mühle verlassen. Ich habe falsch geklickt. Ist das echt auf fünf? Ich habe nur so wenig Ebenen. Skeletten. Oh. Cool. Die Galaxy soll er mal wieder bekommen. Ewig als wir eine bekommen haben. Ewig meine ich echt ewig. Oh, cool. Oh, no. So, und tu mal her dann die Knochen. So. Ich habe fast die Hälfte schon mal. Mal was. Man hat's kommt zurück. Man hat's kommt wieder so was. Mal radioaktives. Sehr nuts. Nessun fazer schon so nochmal was. Ja, kommt der EHS. ich kann wie viele hier einfach auftauchen weißt du da kann ich nichts so hier war wahrscheinlich kein Gegner, oder? äh wir haben aber fast die hälfte schon neu jetzt wir haben ein paar gewisse gute dinge gefunden das wollen wir ganz klar sagen so schon verstehe ich das nicht jetzt bin ich wieder beim Eis, naja Logik ich bin schon am Eis drum so da kann man ja doch nochmal da ein Lot so so da ist nix mehr da kommt ja da kommt ja da kommt ja da muss man nümaß oh nett nett ein bisschen reduktiv wissen mich immer gerne mit da sind aber noch mehr das ist die Ebene meines Lebens da ist vielleicht auch noch mal was aber hier haben andere Ziele ohja an so einer Ebene habe ich gehofft aber auch irgendwie ein bisschen nicht vor gefürchtet die haben zwar viele Skelette aber auch viel Schaden wie man sieht man kriegt ja nicht mehr hier Skeletten scheiß machen oh yeah das ist die Ebene der Welt Schöder und eine Knochenhand habe ich noch gekriegt 56 56 haben wir jetzt nice ist aber noch eine Bombe wieder sooo hallo ist doch irgendwie ein Gegner oder so einen und der lockt mir nicht mal zu Hause Gemeinheit und vielleicht noch jemand und der unten ist auch noch sooo zack Prekt wo wir auch noch mit das war nur Eisen das war mehr ööö io 15 radioaktive Dinger also völlig impressed eigentlich mit diesem Fortschritt ist das jetzt schon ein geräumtes Ding hier Oh, Tatsache, das ist jetzt schon der Geräumte, ach man, oh, dann können wir hier aufhören. Ähm, ja. Dann schauen wir mal. Äh, hab ich die Seelen hier reingetan? Zwei Galaxie Seelen, go. So, du kommst, das Reißen eigentlich, Reiß ist... Frühlingsgewächs, deswegen. Dann haben wir es schon. Wir machen jetzt schon. So, hier. Dann hier Frühling. Achso, Winter habe ich nicht, stimmt, Winter. Ich wollte eben sagen, hä, fehlt da nicht irgendwie eine Kiste? Na klar, Winter habe ich auch nicht gemacht. So. So kommt die Kuselige Hand rein. Kuselige Hand rein. Den haben wir auch... Ich kümmere die alle verkaufen, oder? Mach ich auch nicht mehr. Ach, die Brille, die ist ja Müll, ne? Wir müssen Müll machen, reinschmeißen, für morgen früh. Die Alge kommt ja dann. Nein. So. So. Haben wir eine Milchheber, oder so? Ja, wir haben eine Milchheber. Gucken wir doch mal eben schnell noch, was wir hier noch was hinkriegen. Jetzt habt ihr die Weine schon wieder fertig sind, lol. Weine so oft fährt. Ich glaube, wir haben eine Milchheber, die ist ja noch nicht übernehmen. Sieben, die sind schon sehr schnell. Oder? Sieben, fünfzig haben wir jetzt. Heißt, zwei Tage noch, dann werden wir es durchschaffen, ne? Skeletten Falls wir schon nochmal in Geht ja nicht ein anderer Hier war ja auch noch was, ne So viel zu hoch Ich vergesse hier einige Dinge sehr oft anscheinend So Ich tue, dass wir so weit jetzt sind mit den Aufgabenbremets So, nur mal eben gucken bei was die aufgeben den Aufgaben was sie bekommen noch ein paar Rezepte So Zack, zack Ähm, blub Ja, ich weiß nicht, Ja, ist ja gut Ich will doch nur einfach mein Zeug da reinschmeißen So 50 verschiedene Reihen So Geht doch da durch So Ja, die Häuser hier krieg ich auf jeden Fall nicht noch gemacht Und So 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 Sebastian So Sebastian Ist leider fertig gewesen Nein, deswegen haben wir deinen Geburtstag halt nicht gefeiert Aber sonst Wie fahren wir jetzt noch offen? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Leute haben wir noch offen Maximum 3 3 3 3 3 4 4 5 6 8 8 8 9 9 10